Musik Da hat sich so einiges an edlem Blech rund um den alten Schlachthof in Worms versammelt. Ein Eldorado für Liebhaber exklusiver Oldtimer. Am alten Schlachthof, da tut sich was. Und wir fragen mal den Herrn Baumüller, was sich alles hier tut. Ja, wir werden den ganzen Schlachthof ja sanieren und im Vorfeld haben wir jetzt mal zu so einem Oldtimer-Treffen ausgerufen. Der erste Classic Sunday, den wir jetzt hier durchführen. Und wenn ich mir so umgucke, war das, glaube ich, ein ganz guter Erfolg. Wie viele Oldtimer haben Sie denn hier? Also wir sind jetzt bei mehr als 150 und ich tippe mal beim Tag verteilt, 250 kriegen wir zusammen. Ich denke mal, Sie sind so ein Fan. Was ist denn für Sie das schönste Auto hier? Boah, das kann ich gar nicht sagen. Jedes Auto hat eine andere Geschichte und jedes Auto ist individuell für sich am schönsten. Also da gibt es kein Favourite. Sie haben den alten Schlachthof in Angriff genommen. In kurzen Worten, was haben Sie vor damit? In kurzen Worten heißt, wir werden hier zwei Restaurants reinbringen. Wir werden hier Event-Locations haben. Wir werden Seminarräume haben. Wir werden auch ein paar Oldtimer haben, selbstverständlich. Und ein paar Shops, die zu uns passen. Heimat für Geschmack ist das Oberthema. Und da wird das alles zusammenpassen. Das heißt, eine Menge Events für Worms. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg und viel Glück dazu. Danke sehr. Die Stimmung am Eingang entspannt. Man freut sich auf viele Besucher bei trockenem Wetter an diesem 1. Mai und es wird nicht einmal Eintritt verlangt. Weder von Ausstellern noch von Besuchern. Alte Autos gucken macht hungrig. Da schauen wir uns doch gleich mal genauer an, wie es um das Catering bestellt ist. Editha und Emil, was gibt es denn heute Gutes? Wir haben ganz leckere Sachen, alles regional. Wir machen Grill-Sandwiches mit verschiedenen Variationen. Fleischwurst vom Grill mit Sauerkraut. Ja, so die ein oder kleine Schweinerei ist, glaube ich, für jeden dabei. Das klingt schon sehr lecker. Was ist denn der Favorit? Der Favorit ist das Lobby Emil. Das ist wie so ein Burger, noch ein bisschen durcheinander gemacht mit viel Käse, Tomatesauce, ein bisschen Sprossen, Grünzeug auf ganz fluffigem Brot. Viel Erfolg heute für den Tag. Danke schön. Danke. Die Veganer sind hier heute aber offensichtlich in der Minderheit. Es dauert ja nicht lang. Und nach dem Essen darf das hier auf keinen Fall fehlen. Fester! Piero Negro, die Kaffeespezialität hier in Worms. Was bieten Sie denn heute alles an? Wir bieten heute Americano, also ein verlängertes Espresso als Kaffee an, Cappuccino und natürlich auch Espresso. Welche Bohnensorten oder was nehmen Sie da dazu? Unsere beliebteste Mischung, der Katschurro. Katschurro. Und was haben Sie sonst noch im Programm hier? Wir haben noch Kaffee dabei, falls du jemanden was mitnehmen möchtest. Wir haben so Grundsorten, sagen wir, die Top 5 dabei, was am gängigsten bei uns geht in allen beiden Filialen. Und da kann man auch mal ein bisschen was mitnehmen zum Probieren. Und am besten auch noch was zu Essen dazu nehmen und dann kann man sich schön hier hinsetzen an den Strand und was genießen. Hat sie gerade Strand gesagt? Tatsächlich, Sand gibt es reichlich und die dazu passenden Stühle auch. Dann fragen wir doch gleich mal ein paar Besucher, wie das Event bei Ihnen ankommt. Zum 1. Mai bei Sande Classic. Wie gefällt es Ihnen denn hier? Sehr, sehr gut. Sehr gut. Ich gehe öfters auf andere Oldtimerveranstaltungen. Ich habe auch selbst einen Oldtimer. Bin auch mit ihm da. Muss also sagen, nicht so viel erwarten, dass so viel los ist. Sehr, sehr gut. Was haben Sie denn für ein Fahrzeug? 190 SL in Alter, Baujahr 57. Ein tolles Auto. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und viel Glück mit Ihrem Auto und hier an deinem Tag. Vielen Dank. Haben Sie schon die Autos gesehen? Wir haben eins mitgebracht, na klar. Welches? Ein Volga. Ein Volga? Ein Volga. Wie kommt man an einen Volga? Indem man kauft. Ein sowjetisches altes Auto. Baujahr 60. Ich bin von 62. Morgen habe ich Geburtstag. Darum habe ich gedacht, ich komme hier. Mit dem Volga? Mit dem Volga, ja. Wo haben Sie denn den Volga erstanden? Wie soll ich Ihnen sagen? Ich habe das von einer Ukrainer gekauft. Wie gefällt Ihnen denn das Konzept hier? Großartig. Riesenpotenzial für die Stadt Worms. Und ich habe schon das eine oder andere Mal die Ehre gehabt, hier reinschauen zu dürfen. Und der Blick von außen, der tut der Stadt richtig gut. Und ich wünsche dem Herrn Baumhörner wirklich alles, alles Gute und viel Erfolg bei der Realisierung seines Projekts. Kann unserer Stadt nur gut tun. Unglaublich viel Betrieb. So etwas müsste man wiederholen oder muss man wiederholen. Also ganz, ganz wichtig für Worms. Ich habe hier drei Damen, nicht vom Grill. Sind Sie wegen den Autos hier oder wegen der Gesellschaft? Also ich bin da wegen der Gesellschaft. Wegen Autos. Haben Sie einen Favorit? Hier vorne, die Spider. Haben Sie selbst einen Oldtimer? Einen Oldtimer? Nee, habe ich nicht. Aber ich mag Oldtimers, ich sehe sie gerne an. Und eine Freundin von mir hat das nette Catering hier. Deswegen bin ich auch wegen dem guten Essen hier. Da wird sie sich wohl noch etwas gedulden müssen, denn die Idee hatten andere auch schon. Macht noch was am Wetter und es ist perfekt. Wenn es weiter nichts ist, über unseren direkten Draht nach oben haben wir noch etwas mehr Sonne gestellt. Aber wir sind ja nicht wegen Kaffee und Sonne hier, sondern wollen uns die technischen Highlights genauer anschauen. Ja, hier ist ein ganz tolles Auto. Der Christian Schupp ist Besitzer des Autos. Erzählen Sie uns mal ein bisschen was über Ihr Auto. Ja, es ist ein 76er Chefreuth Impala. Er ist halt ein Lowrider, hat zwei Hydraulikpumpen, acht Batterien, kann Front, Back, Side to Side sich bewegen. Ist alles selber gemacht. Komplette Hydraulik ist selber eingebaut. Der Lack ist selber gemacht. Und ja, ist halt so die Leidenschaft von mir. Jetzt muss ich was fragen. Was ist ein Lowrider? Ein Auto, wo ich mich bewegen kann. Wo auch springen kann. Ah, denn ich wollte gerade sagen, jedes Auto bewegt sich meistens vorwärts. Was heißt springen? Dass die Vorderräder in die Luft kommen. Ich kann nach vorne anheben, hinten anheben, zur Seite kippen, komplett ablassen, komplett hochpumpen. Und was hat er für einen Motor? Der hat eine 5 Liter V8. Wie viel PS? Knapp 200. Sprit? Ja, so um die 15 Liter. Jetzt haben Sie da hinten so ein riesiges, das sieht aus wie so ein Triebwerk von einem Flugzeug. Was ist denn das? Das sind die zwei Hydraulikpumpen und eine Felge, wo ein Subwoofer hinten dran versteckt ist. Muss man das nicht alles anmelden? Nicht unbedingt. Es gibt verschiedene Grauzonen. Ah ja. Was sagt die Polizei, wenn sie anheben? Ja, nicht viel. Die wollen halt meistens nur gucken und sind begeistert. Hier steht ein Auto, sieht so aus, ein bisschen Bony & Clyde. Bony & Clyde hat ältere Autos gehabt. Das ist ein Baujahr 48er Chevy Fleetmaster. Und der ist im Originalzustand. Hat noch den Originalmotor drin, 6-Volt-Anlage. Und wird den Sommer über fast auf alle möglichen Oldtimer-Treffen, Ami-Treffen und, und, und gefahren. Habe das Auto jetzt vier Jahre und bis jetzt bin ich überall wieder heimgekommen. Was ist denn das Besondere an dem Auto? Es ist für europäische Verhältnisse sehr selten. Ich wüsste jetzt im Moment nur von drei Fahrzeugen, die hier im europäischen oder deutschen Raum sind. In der Art und Weise, wie jetzt meiner ist, ist so im Mexikan-Style, wie drüben in Kalifornien, die Lowrider-Szene fährt. Und so ist die Aufmachung auch von dem Fahrzeug an den Details, was jetzt so da verarbeitet sind. Außen liegende Klimaanlage, die Scheinwerferabdeckung und, und, und. Auch das Fahrwerk habe ich jetzt ein bisschen geändert. Es ist auf Luftfahrwerk umgeändert, dass er tiefer kommt. Was an dem Auto noch sehr selten ist, er ist in Europa gebaut, nicht in Amerika. Das Auto ist in Antwerpen gebaut worden. Fahren Sie das nur an bestimmten Tagen oder ist es ständig angemeldet? An für sich, durch das Kennzeichen, was im Moment drauf ist, kann ich das nur an bestimmten Tagen, Veranstaltungen, über, sagen wir so, Erhaltungsfahrten oder in Werkstattfahrten machen. Ich kann das aber auch jederzeit wieder auf H-Kennzeichen anmelden. Da könnte ich auch fast jeden Tag mitfahren. Aber dafür ist er zu schade. Man fällt auf damit? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Egal, wo wir bis jetzt waren, auf verschiedenen Oldtimer-Treffen oder so. Es ist ein Magnet, das Fahrzeug. Es ist halt wirklich sehr, sehr selten in unserer Region und dann fällt es doch schon sehr, sehr stark auf. Darf ich mal nach dem Wert von so einem Auto fragen? Rund 50.000. Das ist ein Wort. Dann hoffe ich, dass Sie an Ihrem Fahrzeug noch lange Freude haben. Denke ich schon. Ich hoffe es. Es wird immer gepflegt und gehegt. Und solange mir keiner in die Seitenwand oder wo reinfährt, kein Thema. Es gibt noch so manches Schmuckstück, das Aufsehen erregt. Aber wir machen uns jetzt erst mal auf den Weg, um das Geheimnis zu lüften, was sich eigentlich im Inneren des alten Schlachthofes verbirgt. Nun gut, Schweinehälften hängen hier nicht mehr herum, seitdem der Schlachthof Anfang der 80er zunächst stillgelegt und später in einem Markthalle umgebaut wurde. Das neue Konzept sieht aber Edelres vor, wie zwei Restaurants, Boutiquen, Veranstaltungsräume und dergleichen mehr. Ja, und natürlich wird es auch einige Untheimer zu sehen geben. Wie gefällt es dir denn? Ja, super. Ganz tolle Autos sind hier. Hätte ich gar nicht erwartet, so viele verschiedene Modelle zu sehen. Finde ich richtig gut. Und gut, die Musik. Und die Location wird richtig toll. Ja, wird toll. Sehr schön hier. Ganz toll. Wir sind sehr zufrieden. Bist du zufrieden mit deinem Eis? Ja. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß hier. Danke. Die gegenüberliegende Ernst-Ludwig-Schule blickt jedenfalls gespannt auf die alte Markthalle. In Erwartung des Regentreibens, welches demnächst dort ins Haus scheint.